Unsere Welt, unsere Werte und unser Wohlstand sind bedroht. Klimawandel und Umweltsünden, Krisen und Kriege, Naturkatastrophen und Krankheiten. Sie stellen Deutschland, die EU und die internationale Gemeinschaft vor immer neue Herausforderungen. Fraunhofer stellt sich der Aufgabe, Wirtschaft und Politik mit Wissen und Technologie effizient und zielorientiert zu unterstützen. Angespornt von den zentralen Fragen der Zukunft machen wir unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft resilienter und unabhängiger von Bedrohungen aller Art. Unsere Fraunhofer-Köpfe, Lösungen und Entwicklungen verschaffen der deutschen und europäischen Wirtschaft entscheidende Vorteile im Wettbewerb. Fraunhofer liefert Ideen und packt an. Wir finden die richtigen Antworten. Liefern tragfähige und passgenaue Lösungen für unsere Souveränität in einer bewegten Welt. Wir schaffen Impact durch Originalität und Exzellenz. Z